Hey, hey ihr Lieben, ich wollte mal eine kleine Ansage machen und zwar, ja, die Sommerzeit ist, viele sind im Urlaub und wir sind auch einiges unterwegs, also wir haben jetzt im Grunde genommen bis September drei Reisen vor uns, natürlich auch mit Kindern besuchen und so weiter, Enkel besuchen, ja, und es ist auch viel anderes noch. Ich habe kaum Zeit zum Filmen und habe auch kaum alleine Zeit hier zu sein und zu filmen aus verschiedenen Gründen und deswegen schaffe ich es einfach nicht mehr, ja, mehr wie ein Video in der Woche hochzuladen. Ich habe jetzt einige Videos quasi aus der Dose für euch, ich habe die aufgenommen und habe die jetzt aber, statt jetzt zwei oder drei Videos hochzuladen, die gedehnt quasi für nur einmal in der Woche, weil sonst schaffe ich es einfach nicht mehr, welche nachzuproduzieren, weil ich viel unterwegs bin und wollte euch das einfach nur wissen lassen, es wird auch auf jeden Fall, ich nehme mal an, bis Ende des Jahres ein Video kommen und mehr schaffe ich es einfach nicht mehr, ja, und ich habe es in einem anderen Video schon erzählt, es wird auch noch ein Umzug wahrscheinlich stattfinden, unser Sohn wird ausziehen und dann gibt es innerhalb unserer Wohnungen große Räumerei nochmal und von daher ist dieses Jahr noch einiges, fällt noch einiges an und ja, und deswegen schaffe ich es einfach nicht mehr mit den Videos und Ideen habe ich mir als genug, das fällt mir total schwer, mich auch da selber zu zügeln und zu sagen, jetzt geht halt nicht alles auf einmal, sondern ich schreibe es mir dann auf und werde es halt nach und nach euch auch dann zeigen und ja, genau, das ist also aktuell momentan der Stand der Dinge hier. Es ist nicht immer chronologisch, also ihr werdet vielleicht feststellen, dass ich manchmal noch die Hand eingebunden habe, weil ich das gemacht habe, während ich das Problem gehabt habe mit meinen Daumen, ist immer noch ein bisschen ein Ding, aber ich schütze das jetzt und habe mir jetzt auch noch so einen Gelenkring in Silber bestellt und das ist echt eine ganz gute Hilfe. Ja, das mal zu diesem, genau, dass ihr auch wisst, das passt nicht immer chronologisch, also ich habe dann nicht gerade immer eine verbundene Hand, wenn ihr eine verbundene Hand seht, sondern das ist dann vielleicht jetzt einfach später hochgeladen worden, weil ich gucke dann immer, dass die Themen auch gerade irgendwie passen und manches will ich dann früher haben und manches später und deswegen passt es von der Reihenfolge nicht immer und manches, was ich erzähle, ist dann vielleicht auch schon wieder länger her. Also stört euch da bitte dran nicht, es geht ja auch mehr darum, dass ihr, ja, dass ihr einfach Inspirationen bekommt und Ideen bekommt. Und wenn ich jetzt mal was ganz Schnelles habe oder was, wo ich denke, das muss jetzt unbedingt hoch, dann kommt es hoch, das ist dann spontan, aber vorgenommen habe ich mir, wie gesagt, nur ein Video in der Woche und ich hoffe, es ist für euch dann auch in Ordnung so. Ich wollte euch einen ganz schönen Sommerurlaub, einen ganz schönen Sommer wünschen. Erholt euch gut und kommt alle wieder frisch aus dem Urlaub zurück. Ich freue mich auf, ja, die weiteren Wege mit euch. Bis dann, eure Petra. Ciao, ciao. Ciao.